Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Wir sind zurück aus der Osterpause und haben diese Woche die Aktuelle Stunde bestritten. Eine Aktuelle Stunde, die zur Generalabrechnung wurde, vor allem mit der Politik der Bundesregierung. Denn der Unmut über handwerklich schlechte Arbeit der Ampelkoalition wächst. Sieben von zehn Bürgern sind einer Umfrage zufolge mit dem Kabinett Scholz wenig bis gar nicht zufrieden. Das kann ich gut verstehen. Nehmen wir nur den Ausstieg Deutschlands aus der Atomkraft. Während Wirtschaftsminister Habeck es in Ordnung findet, dass andere europäischen Länder an der Atomkraft festhalten, solange die Dinger sicher laufen, schalten wir unsere wirklich sicheren Meiler ab. Mehr noch, wir ersetzen ihre Leistung zum Teil durch klimaschädliche Kohlenstrom. Ein Wahnsinn und das nennt Scholz im Koalitionsvertrag mehr Fortschritt wagen. Habecks nächster Paukenschlag ist das geplante Verbot für neue Öl- und Gasheizung. Statt den dringend benötigten Neubau von Wohnraum voranzutreiben, sorgt der Minister dafür, dass sich Wohnen bald niemand mehr leisten kann. Wir sagen, Schluss mit dieser ideologischen Verbohrtheit. Bauen muss bezahlbar bleiben, daher appelliere ich an die Bundesregierung, Immobilieninvestoren wieder zu fördern, statt sie weiter zu verunsichern. Zu einer prosperierenden Wohnungsmarkt gehört aber auch, endlich die Erbschaftssteuer zu kippen. Wir Freien Wähler sind die einzige demokratische Kraft im Bayerischen Landtag, die dafür konsequent eintritt. Und wir wehren uns auch dagegen, allen Bürgern unter Generalverdacht der Geldwäsche zu stellen. Nichts anders bedeutet die Forderung der Bundesregierung und des EU-Parlaments, Bargeldgeschäfte künftig auf wenig tausend Euro zu beschränken. Das und noch einiges mehr haben wir in der Aktuellen Stunde angesprochen. Denn im Gegensatz zur Ampel ist uns eines wirklich wichtig. Eure Zufriedenheit mit unserer Politik. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns auch weiterhin tatkräftig unterstützt. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.